Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator Teil 2. Ja, da stehen wir. Wir haben hier in der letzten Folge einen Schwertransport hergebracht, hatten leider das ein oder andere Problem während der Fahrt gehabt. Einmal das hier gegen Ende, leider die KI ein bisschen verbuggt war und mir das Leben schwer gemacht hat. Zum Glück konnten wir aber eine Route finden, wie wir uns da durchgearbeitet haben und konnten die Fracht dann abgeben ohne Begleitfahrzeuge. Und wir hatten einmal eine böse Steigung gehabt, wo unser LKW leider ein bisschen arg gekämpft hat. Jetzt in dieser Folge werden wir aber wieder einen normalen Auftrag machen. Und ich habe ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass wir so langsam wieder Richtung Meer uns vielleicht bewegen, beziehungsweise wir sind am Meer, aber ich meine jetzt hier Richtung Fähre, dass wir dann wieder rüber setzen und uns langsamer wieder Richtung Deutschland oder so bewegen. Müssen wir mal gucken. Und ja, ich gucke jetzt einfach mal durch, was wir hier noch für Aufträge haben. Dafür muss ich aber gerade mal hier Aberdeen anklicken, wo wir uns gerade befinden. Dann kriege ich auch nur die Aufträge angezeigt, mit denen man hier starten kann. So, wir könnten einmal von hier nach Karl Isl, Karl, Karl Heisel, Karl, irgendwas. Habe ich noch nie gehört. Was weiß ich. Ja, da würden wir am meisten Geld mit verdienen. Zugachsen soll recht schnell geliefert werden. Alles klaro. Wir wären dann auch in einer Stadt, wo wir halt noch nicht waren. Wäre gar nicht so verkehrt. Wir wären halt dann auch hier nah dran. Wir könnten auch theoretisch hier noch ein bisschen was abfrühstücken, bis wir dann erstmal wieder zur Fähre fahren. Was haben wir denn noch Schönes? Wir haben ja noch frischer Fisch, wir haben hier Ethan, wir haben Bauholz. Könnten wir auch da hinbringen. Kriegen wir aber nicht ganz so viel Geld für. Wir könnten auch hier noch nach Edinburgh. Wäre natürlich auch eine Stadt, haben wir noch nicht aufgedeckt. Kriegen wir aber recht wenig Geld für. Wäre aber eine recht entspannte Fahrt. Ich würde aber fast sagen, wir nehmen tatsächlich die Zugachsen und bringen die so schnell wie möglich nach. Karl, Karl, irgendwas. Karl Eisel, Karl, Karl, irgendwas. Keine Ahnung. Nach England. Wir bringen die von England nach England. Sagen wir es so. Okay. Ja, nehmen wir einfach die Zugachsen. Und dann gucken wir einfach mal weiter. Genau. Machen wir gerade mal als Navi-Ziel. Und ja, die stehen aber glaube ich nicht hier rum. Das heißt, wir müssen noch zu einer anderen Firma fahren. Mit unserem schön beklebten LKW, der perfekt für Schwertransporte ausgestattet ist. Jedenfalls von der Lackierung her, von der Motorleistung und Getriebeleistung reden wir nicht von. Ähm, gut. Wollte ich eigentlich gerade gar nicht machen. Ich wollte eigentlich genau das. So. Einmal links lang. Was sagt denn eigentlich unser Schlaf? Unser Schlaf sagt Kacke. Dann nehmen wir den Auftrag jetzt noch nicht an. Dann fahren wir erstmal schnell in ein Hotel, weil das ist ein Auftrag, den sollen wir recht zeitschnell abgeben. Oh, ich bin mit 70 Sachen hier wieder unterwegs. Wir fahren erstmal schnell ins Hotel. Ja, ich bin in England. Falsche Spur. Ah, jetzt hätte ich es beinahe das erste Mal richtig verbockt. Beziehungsweise, ich habe es richtig verbockt. Ich bin auf der falschen Straßenseite gefahren, aber hat niemanden interessiert. Hier bin ich auch falsch. Das Hotel ist da drüben. Ja, gut. Man, jetzt bin ich gerade wirklich raus. Ähm, na gut, na gut, na gut. Na, das ist jetzt die dritte Folge, die ich hier in England aufnehme. Und jetzt gerade hat mich einfach das, ich muss rechts fahren, wieder getriggert, weil ich mich nicht darauf konzentriert habe, dass ich in einem anderen Land unterwegs bin. So. Hier können wir schlafen. Hier können wir Pause machen. Hier wäre auch theoretisch eine Werkstatt, aber ich wüsste nicht, wo wir investieren sollten. Also wir könnten theoretisch, wie gesagt, andere Reifen kaufen, ein bisschen weniger Spritverbrauch. Was vielleicht gar nicht so verkehrt wäre. Na komm, wenn wir schon gerade da sind. Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Geld übrig. Getriebe wollte ich nicht upgraden. Ähm, deswegen. Die anderen Sachen müssen wir erst noch freischalten. Genau. Da brauchen wir noch ein bisschen höhere Level. Von innen möchte ich auch nicht wirklich Deko anbringen. Somit, ähm, genau. Wollte ich die Reifen abändern. Reifen, Reifen, Reifen. Reifen waren da. Gut. Felge. Ne, Felge kann von mir aus so bleiben. Aber Reifen. Wir haben momentan welche drauf. Spritverbrauch D. B ist natürlich dann besser. A wäre ganz geil. Wir haben DD. Also auch bei Regen schlecht. Spritverbrauch ein bisschen schlechter. Lautstärke auch nicht ganz so geil. Wir haben 54.000 übrigens zur Verfügung. Das heißt, wir können ein bisschen rausbrassen. Die Runner sehen wirklich gut aus. Wir haben da ein B bei Spritverbrauch. Regen haben wir eh nicht ganz so oft. Und 72 Dezibel bei der Fahrt. Somit können wir es einfach so lassen. Nehmen wir die einfach. Felge lassen wir so. Hier würde ich sagen, machen wir genau die gleichen drauf. Und hinten machen wir das auch. So, dann haben wir wenigstens coole Reifen. Sehen cool aus. Was das hier alles bedeutet. Farbe als Vorlage speichern. Okay. Ja, man könnte sich glaube ich die Schriftfarbe anpassen. Aber nö. Nö. Lassen wir so. Beiß finde ich gut. Felgen lassen wir auch so. Da gibt es jetzt auch nicht glaube ich ganz so große Unterschiede. Ich meine, wir können ja gerade nochmal nachschauen. Aber ich glaube, da gibt es nicht ganz so fette Unterschiede. Vielleicht Chrom oder so. Standard. Standard Gloss. Ne, weiß ich nicht. Sehe ich jetzt nicht, dass ich da direkt investieren müsste. Aber gut, wir haben jetzt bessere Reifen. Das ist doch schon mal gut. So, Hotel. Wir wollen hier schlafen. Kleine Pause machen. Jetzt hat es gerade geklingelt. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder zurück. Genau, Motor abstellen. Ruhepause. Machen wir erstmal. Ich meine, tanken können wir schnell zwischendurch. Das kostet nicht ganz so viel Zeit. Okay, jetzt sind wir natürlich dann nachts unterwegs. Aber auch kein Ding. Kriegen wir hin. So, wir müssen jetzt einmal links lang. Ich hoffe, der Auftrag ist jetzt noch da. Nicht, dass der jetzt weg ist. So, denkt dran, Tommy, wir sind in England unterwegs. Wir fahren auf der linken Spur, nicht auf der rechten. Ja, wenn man da einmal nicht versucht oder nicht dran denkt, dann, beziehungsweise nicht die ganze Zeit im Kopf hat, ja, musst links fahren, musst links fahren, musst links fahren, sondern auch mal an andere Sachen denkt. Und dann endet man automatisch auf der rechten Spur, weil man es einfach so gewohnt ist. Das ist natürlich echt ein Problem. Das ist schon schwierig. Und ich stelle mir das halt in der Realität noch schlimmer vor. Ich meine, da bist du dann wahrscheinlich sowieso voll konzentriert, weil du fremd bist. Aber darfst du dann wirklich nicht im Gedanken irgendwo langfahren, weil dann endest du auf der falschen Spur. Das ist schon echt, echt schwer. Ist halt auch irgendwie doof, dass man die einzelnen Länder, die es da gibt, dass sie das nicht irgendwie anpassen, dass das auch gleich ist wie in allen anderen Ländern der Welt. Aber naja. So, wir gucken mal. Ich glaube, da steht aber noch der Hänger mit den Zugachsen drauf, genau. So. Sonntag 8.32 bis Sonntag 12.42 soll das ankommen. Alles klar, Angebot läuft ab in 4 Stunden und 45 Minuten. Das heißt, wir hätten sogar noch ein bisschen Zeit. Wir nehmen den Auftrag an, fahren bis nach dahin und gut ist. So, Auftrag annehmen. Los. Los. Ganz motiviert. Ganz motiviert und gut gelaunt. So. Wir sehen eigentlich unsere Warnleuchte im Dunkeln aus. Ja, da sieht man wenigstens, dass es rundum leuchtend sind. Vorhatten das ja gar nicht gesehen. Ja, an so Lichtern müssten sie vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Ich meine, cool, dass man die auf dem Boden sieht und so weiter. Aber vielleicht gibt es ja noch irgendwelche coolen LED-Lichter oder so. Keine Ahnung. Die man da oben drauf knallen kann. Was weiß ich. So. Rückwärtsgang rein. Warnblinker an. Hängen wir gerade einfach an. Und auch 20 Tonnen ist auch nicht ganz so easy. So, wir sind dran. Perfekt. Haben wir eigentlich auch am Auflieger wieder irgendeine Warnleuchte dran oder so? Anscheinend nicht. Oder vielleicht auch doch. Ups, Gang müsste natürlich drin sein. So. Ja, aber sieht fett aus mit den Rädern. Auf jeden Fall. Mit der weißen Schrift. Sieht schon echt sportlich aus, die Kiste mittlerweile. Ich weiß nicht, wollen wir Warnleuchte anlassen? Ja, nein. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde es gerne eigentlich machen, weil wir haben doch eine schwere Fracht. Aber andererseits, wir sind eigentlich kein fetter LKW. Warnleuchte aus. Ich bin wieder auf der rechten Spur unterwegs. Jetzt nach wirklich drei Folgen ist die Konzentration weg. So, ich versuche mich jetzt mal wieder aufzuhalten. auf die richtige Fahrbahnseite zu konzentrieren. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Erste Ausfahrt? Okay. Ist gerade sowieso wenig los. Also wir können hier eigentlich voll durchschießen. Nimm diese Ausfahrt. Ne, ich nehme diese Ausfahrt. Ich bin froh, wenn wir wieder in Deutschland unterwegs sind und nicht wieder rechts fahren darf. Es macht mir das Leben einfacher. So, wenn wir gerade wieder an der Ampel stehen, kann ich mir gerade mal nebenbei was notieren. Dass ich hier mit den ganzen Folgen noch durchblicke. So. Okay, grün. Weiter geht's. Rot gegen das Mikro erstmal gehauen. So macht man das. Für den ETS gibt's ja auch so viele coole DLCs. Da muss ich dann auch mal irgendwann gucken, dass ich mir vielleicht das eine oder andere anschaffe. Dass wir da auch nochmal andere Länder bereisen können. Ich meine, England ist halt so ein Highlight, weil einfach auf der anderen Straßenseite gefahren werden muss. Man muss es einfach so sagen, es ist einfach ein Highlight. Ansonsten, wenn du natürlich Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Polen, was weiß ich, fährst du halt überall auf der gleichen Spur. Die Landschaft sieht nur ein bisschen anders aus, ist aber keine große Herausforderung. Hier England ist es halt eine große Herausforderung, weil man halt sich drauf konzentrieren muss, auf der anderen Spur zu bleiben. Und somit ist es halt am spannendsten. So, wir haben hier eine Tankstelle gerade. Ich würde da gerne mal kurz stoppen, den Tank wieder voll machen. 2,11 Euro pro Liter. Haben nicht mal alle Latten am Zaun, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ich meine, wir waren ja mal bei Zeiten, hat der Liter Diesel, glaube ich, 2,40 Euro bei uns gekostet. Da hast du halt als Dieselfahrer jedes Mal beim Tanken gehen erstmal einen Schreianfall gekriegt. Ich meine, ich kriege immer noch einen Schreianfall, weil ich finde, 1,60, 1,70 ist immer noch ein bisschen zu teuer für Diesel. Wenn man bedenkt, wir hatten, es gab Zeiten, da hat der knapp einen Euro gekostet. Und als Ausgleich hast du halt dafür hohe Steuern gehabt. Heutzutage hast du verdammt hohe Steuern. Plus verdammt hohe Spritkosten. Wegen irgendeinem Klimawahn. Es ist einfach total bescheuert. Es tut mir leid. Mir fällt halt einfach leider nichts anderes dazu ein. Außer zu sagen, es ist komplett bescheuert. Ich finde es sowieso so lustig. Man findet, ja, Leute in Gletschern eingefroren, ja. Das heißt, da ist schon mal früher ein Weg gewesen, da sind früher Leute lang gelaufen. Da gab es früher keinen Gletscher, kein Eis und sonst was. Man weiß Bescheid, dass wir am Ende einer Eiszeit sind. Dass es immer so schwankt, ja, es gibt mal eine Eiszeit. Jetzt sind wir momentan am Ende einer Eiszeit. Ja, wenn die Polkappen abgeschmolzen sind, sind wir quasi am Ende, blöd gesagt. Und dann geht es irgendwann wieder der Zyklus weiter, dass die Polkappen irgendwann wieder frieren werden und die Erde wieder sich in der Eiszeit befindet oder es wieder mehr Richtung Eiszeit geht und so weiter. Dass man da jetzt so eine Klimahysterie fährt, weiß ich nicht. Besonders, ich glaube halt nicht, dass der Mensch da so großen Einfluss drauf hat. Es ist ja auch bekannt, dass die Sonne momentan aktiver ist und so weiter und so fort. Und weiß ich nicht. Dann hört man auch ganz viele Leute, die sagen, ja, CO2 ist gut für die Natur. Ja, mehr Bäume und so weiter und so fort. Dann gibt es auch Leute, die sagen, ja, würde man einfach so eine große Fläche Bäume pflanzen, bräuchte man gar keine Steuern erheben auf CO2 und sonst was, weil die Bäume viel mehr rausziehen würden und sinnvoller wären als so, wie es jetzt ist. Es gibt so viele Aufregerthemen da. Dann gibt es ja Straßenkleber, weil sie meinen, die Welt geht morgen unter. Ist auch immer ganz interessant. Habe ich auch nicht verstanden, was der Sinn davon ist. Habe ich, verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Es konnte mir auch noch keiner erklären. Also, ich würde total gerne mal mit irgendwelchen Klimanklebern reden. Einfach mal interviewen. Einfach mal gucken, ob noch irgendjemand bei denen im Kopf zu Hause ist. Ich habe manchmal das Gefühl, irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich würde es persönlich jetzt auch nicht leugnen, dass das Wetter oder das Klima sich geändert hat. Das hat es eindeutig. Oder es ändert sich eindeutig. Aber man weiß ja halt auch nicht genau, ob da irgendwelche Sachen tatsächlich in den Himmel injiziert werden. Früher war das ja auch immer so Verschwörungstheorie. Ich glaube, heutzutage wird es auch noch als Verschwörungstheorie angesehen. Die Chemtrails quasi im Himmel. Aber wenn man dann halt mitkriegt in Dubai, die machen das extra. Die machen das ganz bewusst, ganz locker. Wenn wir es regnen lassen wollen, tun wir halt ein bisschen was in den Himmel spritzen. Dann fängt es schon an zu regnen. Warum sollten das halt andere Länder nicht auch machen, aber halt ein bisschen geheimer? Und ich rede jetzt nicht davon, dass man irgendwie sagt, ja, die Flugzeuge haben extra Tank dabei. Die sprühen dann extra Zeug raus. Nö, ich. Ich persönlich könnte mir halt irgendwie vorstellen, dass man das einfach mit, oder einfach irgendwas ins Kerosin reinmischt. Das wird dann verbrannt, kommt als Abgas hinten raus und das Gas vermischt sich dann mit dem Himmel. Und zack, bumm, haben wir Wolken. So könnte ich mir das schon vorstellen. Ja, sagen wir es mal so. Ich meine, das ist jetzt nicht so die größte Sache, wo ich dran glaube, aber ehrlich gesagt, ich traue dem Staat alles zu. Ehrlich gesagt. Wenn ich das so offen sagen darf. Aber wie gesagt, es gibt ja Länder, die machen das ganz offen, ganz bewusst, ganz locker. Wie gesagt, Dubai. Dubai kann es regnen lassen. Andere Länder können das auch. Kannst du halt nicht in jedem Land damit so offen umgehen. Und ich denke auch schon, dass die Menschheit vielleicht so ein bisschen am Wetter rum manipuliert hat. Ja, dass vielleicht deswegen auch das Klima ein bisschen spinnt oder was weiß ich. Kann ich mir schon vorstellen. Aber, dass man da halt jetzt denkt, ja, morgen geht die Welt unter und so weiter und so fort. Ne, es ist halt jetzt einfach mal wärmer. Es ändert sich halt alles. Und es wird halt auch nie so sein, dass das komplette Universum immer alles gleich bleibt. Das wirst du halt auch nie beeinflussen können. Wenn die Sonne jetzt von heute auf morgen meint, ja, ich bin jetzt einfach nochmal ein paar Millionen Grad heiser. Dann schmoren wir halt alle auf der Erde weg. Dann bringt es auch nichts, wenn man sich an die Straße klebt. Wisst ihr, wie ich meine? Nein, das sind alles so Sachen, ich glaube einfach nicht, dass das wirklich an der Menschheit liegt, dass das Wetter jetzt so von heute auf morgen. Besonders da ja sowieso, ich meine klar, es werden immer mehr Menschen, es wird immer mehr Umwelt verschmutzt und keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt von den Autos kommt oder von den paar Fabriken, dass es jetzt plötzlich kein Winter mehr gibt. Ja, glaube ich einfach nicht dran. Ich glaube eher, dass es andere Sachen sind. Dass es größere Sachen sind, was der Mensch nicht beeinflussen kann, wenn es die Sonnenaktivität ist oder sonst was. Ich meine, ich habe da nichts dagegen, wenn man darauf schaut, dass man vielleicht nicht ganz so viele Abgase in die Luft pustet, dass man vielleicht nicht so viel sein Müll überall liegen lässt, ist ein anderes Thema, aber habe ich nichts dagegen, bin ich voll dafür. Aber halt jetzt so auf Teufel komm raus, irgendwie so alle so durchzuziehen und durchzuwinken ohne Rücksicht auf Verluste ist irgendwie ein schwieriges Thema. Gerade wenn ich jetzt so Thema Autos denke, ja, Autos so gezwungenermaßen, keine Verbrenner mehr von jetzt auf gleich, ja, kauft euch alle einfach noch ein neues Auto, nehmt einen Kredit auf. Ist ja nicht so, dass jeder oder dass nicht jeder einen Kredit bekommt oder dass ältere Leute sowieso auch keinen Kredit von Banken bekommen und so weiter und so fort. Aber ist ja egal, kauft euch einfach ein neues Auto. Ist ja gar kein Thema. Auch ich, weißt du, bezahle mein Auto zwar noch zwei, drei Jahre ab, aber komm, kauft ihr ein anderes Auto. Das ist auch irgendwie so kontraproduktiv. Ja, ich bezahle jetzt mein Auto noch zwei, drei Jahre ab. Ich kann mir in der Zeit kein anderes Auto kaufen oder leisten. Jetzt ist aber schon mein Auto alles so teuer geworden, dass ich theoretisch auch gar kein Geld zurücklegen kann, beziehungsweise irgendwas sparen könnte, um irgendwann mir ein anderes Auto leisten zu können. Ja, selbst mit Kredit brauchst du trotzdem eine gewisse Summe, um eine Anzahlung machen zu können, sonst kannst du deinen Kredit ja nicht bezahlen, weil ist ja dann auch schweineteuer. Weiß ich nicht. Oder jetzt mit dem Heizungsgesetz. Wenn das alles so hört, da denkt man sich nur, what the fuck habt ihr geraucht? Keine Ahnung. Da meint man nur, das können die doch nicht ernst meinen. Ist schon alles sehr interessant, auf jeden Fall. Demnächst links abbiegen. Ich finde halt auch irgendwie E-Autos, klar, coole Sache, dass es gibt. Auch spaßig zu fahren, auf jeden Fall. Aber ich finde es halt so erzwungen irgendwie auch nicht die Lösung, besonders wenn man dann so Dokus sieht oder wenn man da so ein bisschen Nachforschung anstellt, wo das ganze Material herkommt, wie das abgebaut wird und so weiter und so fort. Ist das hier nicht unsere Teufelskurve, wo wir mit dem Schwertransport hängen geblieben sind? Kann sein. Keine Ahnung. Ja, und Produktionsprozess, wie viel Wasser da drauf geht und was weiß ich, dann finde ich das auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ich hätte es ja persönlich besser gefunden, man hätte einfach eine gesunde Mischung gemacht, ja, E-Autos entwickelt, Verbrenner entwickelt und die E-Autos halt immer attraktiver gemacht für die Leute und nicht einfach gesagt, ja, Verbrenner jetzt verboten, fertig aus. Das ist einfach doof. Dann zwingst du die Leute zu was, was sie eigentlich nicht leisten können und dadurch macht man die Leute auch nicht glücklicher. Das tut wieder alle unglücklicher machen, dann gibt es wieder mehr Stress, mehr Probleme, mehr sonst was. Jeder hat schlechte Laune und keine Ahnung, kontraproduktiv. Wie gesagt, einfach E-Autos, Verbrenner parallel entwickelt, beides auf den Markt geworfen, die E-Autos attraktiver gemacht als die Verbrenner und zack, bumm, alle kaufen sich Elektroautos ohne Zwang, einfach weil sie dann vielleicht cooler sind. Ist halt immer, finde ich, die bessere Variante, als irgendwas zu verbieten. Wir leben ja sowieso momentan in so einer Verbotsgesellschaft, dass irgendwie alles verboten wird. Alles, was Spaß macht, wird verboten. Alles, was irgendwie einen glücklich machen würde, wird verboten. Das ist kein guter Trend. Ich meine, man merkt es ja auch so schon an den ganzen Leuten. Jeder ist irgendwie genervt, abgefuckt, gestresst und jeder weiß eigentlich nicht mehr, wie er über die Runden kommen soll und so weiter und so fort. Und dann, ja, hast du halt so Sachen. Kriegst du noch die Heizung verboten, die du einbauen darfst in dein eigenes Zuhause und so weiter. Kriegst du auch Steingärten verboten. Das ist ja auch sowas, was ich auch nie verstanden habe. Warum verbietet man Steingärten? Ich meine, klar, manche Leute tun wirklich ihr komplettes Grundstück mit einem Steingarten, machen keine einzige Pflanze da drauf. Ich persönlich finde zwar nicht, dass es schlecht aussieht. Viele Leute sagen, das sieht scheiße aus. Ich persönlich finde, es sieht nicht schlecht aus. Wir haben auch zum Teil einen Steingarten. Und, ja, dann kommt ja immer das Argument halt von den Städten oder Gemeinden, ja, Steingärten sind verboten, weil Insekten, Bienen, was weiß ich, ja, brauchen Blumen und keine Ahnung, bla bla bla. Wenn man halt mal sieht, was wir alles hinter im Haus haben für Bienen und wir haben extra Blumen für Bienen und Insekten. Wir haben ein Insektenhotel, was wir am Bauen sind, wo wir jetzt noch fertig machen müssen, haben wir auch ein Insektenhotel. Wir haben ein Schmetterlingshaus. Wir haben so ein Schmetterlingsvogelhäuschen. Nee, keine Ahnung, extra für so Schmetterlinge, so ein kleines Häuschen haben wir hingehängt. Gibt's auch. Wir haben ganz viele Blumen. Extra auch ganz viele Blumen, die für Bienen sind. Ja, es gibt ja auch ganz viele Blumen, da gehen Bienen nicht dran, weil sie es einfach nicht kennen oder aus einem anderen Land kommen oder nicht richtig erkennen. So Sachen gibt's tatsächlich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Und, ähm, ich finde halt, man kann deswegen halt nicht grundsätzlich Steingärten verbieten, wenn man dafür einfach ganz viel Ausgleichfläche hat. Deswegen finde ich auch, Verbot ist einfach falsch. Verbot ist einfach falsch. Ja, wir haben ja auch ganz, ganz viele Tomatenpflanzen zum Beispiel. Wir haben Salatpflanzen hatten wir da. Wir haben ja auch Peperoni, Paprika, Spitzpaprika. Die Dinger blühen auch alle, müssen auch bestäubt werden von Bienen und so weiter und so fort. Wir haben eine essbare Blütenmischung haben wir in einem Topf drin. Die blüht jetzt gerade ganz wild. Ja, wir haben ganz, ganz, ganz viele andere Blumen vorm Haus noch. Nicht im Steingartenbereich, aber da haben wir auch Blumen drin. Wir haben so einzelne Bereiche, wo wir ganz viele Blumen haben. Ähm, deswegen das Argument, wenn dann da irgendjemand kommen würde und würde sagen, joa, Steingarten weg, der ist scheiße, der ist hässlich und ist gegen Insekten und so weiter und so fort. Die Leute haben keine Ahnung, was eigentlich in so einem Steingarten alles lebt. Hebt man da so einen Stein an, was da an Insekten drunter krabbeln und die sich da wohlfühlen? Bei uns sind es zwar zu 90% Spinnen, aber die brauchen auch eher ein Heim. Eine andere Prozent sind Ameisen. Und noch andere Käfer gibt es da natürlich auch. Aber das ist denen ihr Wohlfühlgebiet anscheinend. Sonst würden die da nicht so viel drinne wohnen. Das heißt, es ist nicht schlecht für alle. Und wenn man da noch ein paar Blümchen und so weiter reinsetzt, ist doch auch nicht schlecht. Nein, hier staut es sich ein bisschen. Ätsch, bätsch. Kommst nicht rein. Wir haben sowieso einen ganz gemischten Garten. Also wir haben vorne am Haus quasi, oder wir haben einen Bereich mit Rindenmulch. Wir haben einen Bereich Steingarten. Wir haben einen Bereich, wo wir ganz viele Nutzpflanzen haben. Wir haben einen Bereich, wo wir ganz viele Blumen haben. Komplett gemischt. Komplett gemischt. Alles vorhanden, alles vertreten. Nur was wir immer weniger auf dem Grundstück haben, sind Bäume. Weil Bäume ist halt immer verdammt viel Arbeit. Wir haben nicht viel Platz für. Wenn wir die Bäume an die Plätze setzen würden, wo wir Platz hätten, dann hätten wir weniger Nutzpflanzen, also weniger Paprika, Tomaten und so weiter und so fort. Oder Brokkoli. Wäre auch doof. Zweitens wärst du nah an der Grundstückgrenze zum Nachbarn hin und mitten aufs Grundstück irgendwie einen Baum reinsetzen, ist irgendwie auch dämlich. Ups, jetzt wollte ich nach rechts gerade wieder abbiegen. Rechts war Gebot. Nein, Tommy, du bleibst links. Ja, ist halt auch irgendwie schwierig. Wir hatten früher ganz viele Bäume vor dem Haus und hinter dem Haus und man hatte quasi nie das Sonnenlicht gesehen. Das war auch irgendwie doof. Deswegen, wir hatten ja, als Katrin hier eingezogen ist, haben wir um die 20 Tuja-Wurzeln ausgegraben und weggemacht. Also das war auch eine schöne Arbeit. Aber du hast halt einfach keine Sonne mehr gekriegt. Ist halt auch doof. Und jetzt, wo die Bäume weg sind, haben wir da halt lauter Nutzpflanzen hin. Und ich feiere das einfach jedes Jahr, da wieder zuzuschauen, wie das Zeug wächst. Momentan haben wir Zucchinis auch dran und wie gesagt, Tomaten hängen schon die ersten dran. Ähm, jetzt wollte ich gerade wieder auf die rechte Spur rüber, aber da kommt zum Glück ein Bus entgegen. Hallo. Alles gut, ich bin nicht von hier. Ich sollte doch mein Warnlicht anmachen. Und irgendwie noch ein Schild. Und, ähm, Achtung, Deutscher vorne rein. Nur halt auf Englisch geschrieben. Take care, German. Ne, keine Ahnung. Oder einfach auf Hessisch. Obacht. Obacht, Deutscher. Obacht, Hesse. Be careful, a German. Wäre richtig, glaube ich, im Lenkrad. So, ich mach mal ein Tempomat an. Haben noch 123 Kilometer vor uns. Doch eine ganz schön weite Strecke. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt so lange da unterwegs sind. Na, hast du wohl kein Power im Motor oder was? Ja, so ein bisschen merkt man, dass wir vor einer Folge oder zwei unseren LKW ein bisschen getuht haben. Ein bisschen, ein paar mehr PS reingeballert haben, neuen Motor. Merkt man doch ganz leicht. Gerade jetzt bei so normalen Frachten, der zieht schon ordentlich. Mich würde mal interessieren, ob der Sound ein anderer wird vom LKW, wenn ich die anderen Auspuffrohre anbringe. Ich bin glaube, dass du ganz schnell in den Wald manchmal verweinen. Ich würde mich verletzen, warum ich die anderen Auspuffrohre. Auspuffrohre. Mehr hier, das ist das. ja Katrin, ich würde auch irgendwie total gerne so ein Bienenvollkamm so ein bisschen im Kern ist bestimmt auch ein mega cooles Hobby finde ich auch total interessant aber die Zeit und man müsste sich ja erstmal mit dem Thema auseinandersetzen und so weiter und so fort aber cool wäre es schon, so ein eigenes Bienenvölkchen irgendwo hingesetzt eigener Honig man könnte es ja auch eigentlich voll gut verbinden weil Katrins Vater hat ja eine Landwirtschaft und warum nicht? der muss ja auch dann jedes Jahr quasi, beziehungsweise muss nicht, aber dann kriegt er oder muss er mittlerweile, ich weiß es nicht mehr entweder muss er mittlerweile jedes Jahr so eine Blumenwiese ansehen oder er kann es machen und kriegt dann irgendeinen Bonus, ich weiß nicht mehr wie das genau war ähm, wenn man da dann irgendwie so ein Bienenvölkchen noch hinsetzt und die haben da die ganz vielen Blümchen dann ist auch nicht schlecht dann hast du vom eigenen Acker mit den eigenen Bienen eigenen Honig ist doch cool weil man sagen muss, letztes Jahr ist von dieser ganzen Blumenwiese, die er eingesät hatte nicht wirklich viel aufgegangen es ist einfach zu trocken es ist einfach zu trocken Landwirtschaft ist ja sowieso so ein schwieriges Thema weil du halt so extrem vom Wetter abhängig bist und es ist halt mittlerweile so dass es einfach viel zu trocken ist die ganze Zeit dieses Jahr hat er auch wieder ein bisschen Probleme gehabt ich weiß nicht mehr, er hatte glaube ich Mais ausgesät gehabt und diesmal haben ihm so viele Vögel die Körner weggeklaut dass er nochmal nachsehen musste und ich glaube das war wieder das gleiche Problem oh, Unfall nichts gut kein Wunder, war bestimmt ein Deutscher ist bestimmt auch die falsche Spur rübergefahren ähm, ja dann hast du natürlich noch das Problem erst ein trockenes Wetter dann hast du die Vögel, die die Samen wegklauen wenn du Pech hast dann hast du da ein Problem dann regnet es vielleicht mal aber dann gibt es so ein Unwetter dass dein komplettes Feldblatt gedrückt wird dann hast du auch wieder ein Problem oder du hast irgendwelche Krankheiten in dem Zeug drin oder, keine Ahnung die Körner sind zu feucht oder zu trocken oder, oder du hast ja auch so einen Prozentwert wo du da am meisten Geld für kriegst beziehungsweise wann du die nur abgeben kannst das ist auch dann wieder so ein Problem also es ist schon wirklich sehr, sehr viel vom Zufall abhängig so Landwirtschaft und vom Wetter da muss einfach so viel passen auch wenn er, was weiß ich, einsehen will mal ist es zu matschig mal ist es zu trocken mal hast du das Problem mal hast du da was da spielt mal was da geht mal was nicht da kannst du es wegen Wetter wieder nicht ist schon echt nicht so einfach wie man sich das manchmal vorstellt oder auch jeder regt sich ja irgendwie über Trecker auf der Straße auf ja, wenn du da als Autofahrer blockiert wirst wo man sich halt auch denkt mal denken muss ja, derjenige der im Trecker sitzt wäre auch lieber mit 100 kmh unterwegs ja, wenn die da irgendwelche Besorgungsfahrten machen mit ihren Hänger oder die Körner wegbringen zu irgendwelchen Häfen dass die weggeschifft werden oder keine Ahnung zu irgendeiner Mühle ähm wenn ihr so bedenkt mal also Katrins Vater ist auch dann wenn er getroschen hat und sein Silo leer macht dann ist er jeden Tag einige Stunden mit dem Trecker unterwegs dem wäre auch lieber er würde sich irgendwie ein bisschen schneller fortbewegen können sagen wir es mal so für ihn ist es dann auch immer blöd wenn er stundenlang im Trecker sitzt für eine Strecke wo er mit dem Auto in einer halben Stunde erledigt hätte quasi aber was willst du machen wenn du da wieder ein LKW kommen lässt der das irgendwie transportiert hast du auch wieder weniger Geld verdient weil der LKW-Fahrer und der LKW natürlich auch bezahlt werden wollen oder die Spedition die du das machst dann setze dich halt in den Trecker und fährst selber durch die Gegend ist immer noch günstiger als halt dann anders das zu machen musst du ja aufs Geld achten weil du ja sowieso so ein Glücksspiel hast immer mit jedem oder in jedem Jahr mit der Ernte aber ich finde es ja immer ganz nett wenn du so einen Trecker vor dir hast wir haben ja auch so eine Strecke wenn wir zum Beispiel zu Katrin hinfahren du kannst einfach auf dieser kompletten Strecke man fährt eine halbe Stunde mit dem Auto du kannst auf dieser Strecke nur an zwei Stellen überholen und wenn bei diesen zwei Stellen halt gerade ein Auto kommt die entgegenkommt kannst du nicht überholen dann fährst du eine halbe Stunde hinter den Treckern her und das ist halt diese Hauptverkehrsstrecke zu dem einen Silo bei uns in Geilhausen hast du halt dann wenn Erntezeit ist entweder ein Beetrescher vor dir oder einen Trecker ständig und du kannst es halt nicht überholen dann fährst du halt die Strecke die du in einer halben Stunde mit einem Auto fährst fährst du halt dann mal in einer Stunde ungefähr ist ärgerlich aber kannst nichts machen derjenige der im Trecker sitzt dem wäre es auch lieber er könnte seine Zeit anders verschwenden es wäre auch deswegen muss ich halt auch immer die andere Person reinversetzen aber so an sich finde ich eigentlich Landwirtschaft voll interessant aber ich glaube für mich persönlich wäre das zu viel Glücksspiel und die Tiere kannst du in Deutschland eigentlich sowieso nicht mehr halten ist einfach du verdienst einfach nichts mehr mit früher hatten sie ja Tiere gehabt Schweine und so weiter gehalten aber das hat sich halt dann irgendwann nicht mal gelohnt weil wenn du in Deutschland mit Tieren noch Geld verdienen möchtest brauchst du wirklich so eine Massentierhaltung wo du dir die Viecher richtig schön quälen kannst anders kannst du das nicht wirtschaftlich betreiben geht einfach nicht ich meine mittlerweile es geht ja langsam so ein bisschen Richtung ja kleinere Bauern tun da selber ihr Zeug produzieren und die Supermärkte kaufen dann auch das Zeug ab und verkaufen das dann wieder an die Kunden dass es aus der Region irgendwie kommt dann weiß man auch okay wenn es aus der Region kommt ist es keine Massentierhaltung kostet zwar ein bisschen mehr aber dann ist es was ordentliches und ich finde das geht eigentlich eine ganz gute Richtung aber stellenweise aber halt im Thema oder Richtung Billigfleisch geht es halt mehr so ja das Fleisch kommt alles aus dem Ausland aus irgendwelchen Betrieben die nicht überwacht sind und was weiß ich richtig schön Massentierhaltung und so weiter und so fort wo die Viecher richtig schön gequält werden das ist halt die falsche Richtung aber anders kann man sich halt oder wie gesagt in Deutschland kannst du sowas halt nicht richtig machen um Gewinn zu erwirtschaften da musst du halt wirklich dann ganz ganz viele Viecher auf engsten Raum halten dass du da überhaupt noch Gewinn machen kannst das bringt es halt auch nicht wenn du das nicht mit deinem Gewissen vereinbaren kannst dann gibst du das halt auf und das hat halt oder das hat halt Katrins Familie so gemacht Tierhaltung aufgegeben komplett Stall ist leer seit vielen vielen Jahren wird nicht mehr benutzt Riesengebäude hast du halt jetzt so wir sind auch jetzt gleich am Zielort angekommen da wären wir so mal gucken wo uns dann die nächste Fahrt hintreibt ich hoffe bald mal wieder in ein Gebiet wo man auf der richtigen Straßenseite fahren kann ähm okay Anlieferung wo willst du die Ladung stehen haben genau ja aber hat wunderbar geklappt mit dem LKW gar kein Problem die haben aber auch manchmal enge Einfahrten ich sehe ab und zu mal so einen TikToker bei 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 TikTok ergibt Sinn der tut auch mit so einer Bodycam Film und wo der manchmal rumkurven muss ist auch in England glaube ich unterwegs oder so Halleluja da würde ich nicht mit dem Auto reinfahren da quetscht der sich mit dem LKW durch hat natürlich auch tausende Anweiser um sich rum und dann da auch wieder rückwärts raus manövrieren das würde ich mit dem Auto auch nicht mal machen das Respekt nur das eine Video fand ich okay ich habe gerade nicht wirklich gut gezielt ich habe nicht wirklich gut gezielt auf ein neues bei dem einen Video fand ich auch so merkwürdig da hat er sich auch in die engste Baustelle rein quetschen müssen zum Teiler anliefern obwohl die eigentlich einen Stapler hatten und hätten auch einfach mit dem Stapler hin und her fahren können nee die haben den LKW da reingelotst und dann musste der da auch wieder rückwärts raus weil konnte es da nicht wenden ich habe mir auch gedacht hä hätte ich doch einfach einen LKW draußen gelassen der wäre doch zehnmal mit dem Stapler schneller gewesen als den LKW da mit zehn Leuten raus zu manövrieren aber gut anscheinend wollten sie nicht oder durften nicht keine Ahnung so wir haben es geschafft 162,9 Liter Diesel wieder verbraten jawohl ja sind immer noch Level 13 es geht aber langsam Richtung Level 14 okay haben wir das geschafft ich würde sagen dann war es das wieder für die Folge wir können ja gerade nochmal hier kurz reinschauen welche Aufträge es aktuell geben würde aber ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal wieder eine Aufnahmepause machen oh nach London London wäre natürlich jetzt auch nochmal wenn wir schon hier eigentlich sind müsste man nach London fahren andererseits wir könnten uns wieder nach Amsterdam rübersetzen und vielleicht nach Belgien mal rein von Belgien dann vielleicht hier rüber wieder das würde ich glaube ich ganz gut finden ich glaube nächstes Ziel ist wieder Amsterdam dann wir müssen mal gucken wie es dann bei der nächsten Folge ist wie gesagt ich mache jetzt erstmal wieder Spielpause und ich weiß nicht wie es dann mit ETS weitergeht kann sein dass wir nochmal ein paar Folgen dann die nächste Zeit haben oder ob ich dann erstmal wieder eine ETS Pause einlege ob ich dann ein anderes Spiel anfange oder nicht müssen wir einfach mal gucken und abwarten ich mache mir da noch Gedanken wenn ihr mehr sehen wollt auf jeden Fall einen Daumen dalassen gerne auch den Discord selber beitreten Link wie immer in der Videobeschreibung gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast gerne auch ein Abo dalassen macht's gut bis zur nächsten Folge euer Tommy tschüss